Finde mir einen Italiener. Ja, dann bitte willkommen bei Fractured Space. Ich spiel nochmal ne Brawler, ich hab da wirklich viel Spaß dran. Und gerade hat er herausgefunden, dass Protagonist einer der Developer ist und ist gerade neugierig. Aber gut, was soll's. Der hat ausgerechnet mein Team gefunden zum Gewinnen. Der meinte, er ist gerade auf ne 5 Spiele Verlustreihe. Da wär' ich mal gespannt. Ach, jetzt ist es wichtig, ein Brawler gegen mich. Brawler gegen Brawler. Da hab' ich mich jetzt so weit vorgewagen, verdammt. Das, ähm, hätt' ich mir sparen können. Wo ist unser Ghost? Ach. Man sieht, der große Kampf findet gerade im Wetter statt. Gerade ein ziemliches Hin und Her. Während unsere... Unser Equalizer... ...die geht durch zur Vorwärtsstation... ...klaut. Wer ist das da oben? Das ist unser Ghost, okay. So, wir verhindern, dass wir uns die mittlere Mühle wieder klauen. Die Pfeife sind aufgelöst. Die Pfeife sind aufgelöst. Engagungsgericht. Da ist der Ghost, was macht der denn da? Ich sehe den Enem. ... ... ... ... Ah, der Superlifter von denen ist aber auch wieder da. Wir müssen die Superlifter auf jeden Fall beziehen, wenn das was werden soll. Der Holm T. I. was good. All integrity restored. Jansen, out. Wir sind los in Power. Erdung aus, Rumpel aus. Erdung aus, Rumpel aus. Erdung aus, Rumpel aus. Erdung aus. Erdung aus. Erdung aus. Erdung aus. Ich arbeite daran. Ich arbeite daran. Erdung aus. Erdung aus. Erdung aus. Erdung aus. Aber ich begebe mich gerade echt zu offensiv. Warum auch immer. Ähm. Wir sehen aber hier. Wir sind auf jeden Fall an der Forward Station dran. Wer ist denn jetzt hier hinten? Das ist unser Reaper, okay. Hier auf jeden Fall zur Reaper und jetzt würde ich sagen, machen wir mal wieder einen normalen, normales Spiel ein bisschen sicherer. Nicht ganz so übertrieben hektisch. Keine Ahnung warum ich mich da anstecken lassen. Wir haben sie. So. So. Ah, der ist gut. Der kommt freiwillig näher. Kann ich mich schon mal reparieren? Ja, Gamma ist gleich soweit. So, noch kurz reparieren. Wir wenden das. Okay. Das ist wieder komplett. Für uns. Ich würde sagen, wir springen. zu Gamma halten ein bisschen Alpha im Auge Super läuft er jetzt gut zurück, das ist ein bisschen grof, da kommen wir nicht ran so, Superlifter angreifen das war zu aggressiv wieder, aber ich hoffe die anderen schaffen es jetzt ja, Superlifter ist zerstört aber das überlebt unsere Ghost nicht das ist ein Nachteil für uns gerade gerne bei Platz auch Ach ich bin dahin gesprungen, hab ich mich vertan? Tja, das war jetzt nicht so dolle bin auch gerade noch nicht wirklich gut drin ich sehe mal Interceptor, aber die springt schon Schüphelgerät wir sehen uns noch nicht bis zum Beispiel aus dieser hier schüphelgerät Untertitel Das ist gut für mich. Ist nah genug. Dann können wir uns jetzt mal die Vorwärtsstation holen. Dann springe ich rüber um danach dann die Vorwärtsstation zu holen. Oh, das ist gut. Jump complete. Systems show no problems. Me out. Die Allied are capturing. Das war's von der Liste. Das war's von der Liste. So. Ich wollte hier noch kurz helfen für die Vorwärtsstation. Das war's. Das war's. So reparieren. So. So. Aber jetzt bin ich. Das war's. Das war's. Das war's fixed. Hall's good. Out. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. So. Persecuter. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. kiddo Already. Ey ok mal weguito ist. We're going to burn in der Station. Wir haben es jetzt mal wieder übertrieben. Wir sind ein bisschen hektisch irgendwie. Eigentlich haben wir… ähm… klare Führung. Die Level. 8 zu 5 also alles klar aber wir attackieren zu 1 als team als team haben wir gut gespielt aber bis jetzt nicht den angriff auf die station gut durchgeführt jetzt bin ich gleich wieder da ich helfe uns noch da aus So, den haben wir noch zerstört und jetzt können wir Gamma holen. Und wir brauchen ja nicht mehr so viele Punkte. Und damit haben wir das Duell gewonnen. Er wird sich Protagonist freuen. Wie gesagt, er hat wohl fünf Spieler in Folge verloren. Konnten wir was Gutes tun. Ich muss dazu sagen, meine Bilanz war nicht gut. Ist eigentlich eine Katastrophe. Wir sehen uns beim nächsten Spiel. Bis dann. Ciao. Ciao. Ciao.